Oooooohh, Kinder. Kinder. Luis, 14 Jahre alt. 2016. Wie du das gesagt hast. Das hat sich wirklich von Menschen gehört, oder? Heiko. Ey. Was, dann mach ich Mitte, oder was? Heiko. 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 Geht das nicht lauter? Heiko. Wer wohnt in der Aller, das ganz in der Welt. Spongebob, Schwarmkopf. Zwei mit. Deploying, Flashbang. Blatt, blatt, blatt. Einer Fußhit vielleicht. Hab noch einen. Lord, holt sie jetzt einer weg, oder was? Ne, weil der eine wurde mir schon gemacht und den hol ich mir jetzt aber noch. Geh, lass den. 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 Scheiße. Hä? Mein Speck hat den, hat's abgewehrt. Oh. Ja. Super. Hä, voll freundlich, ich will den Danke hören oder sowas. Danke, Amelie. Wie süß mit dir. Kein Problem. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ja, ja. Na, es war auf. Warte, warte. Oh, ist noch gar nicht zu Ende. Ich dachte, das wäre gerade die letzte Runde, deswegen wollte ich ein bisschen auf YOLO machen. Ok. Alawapa. Akimbo. Feuer Давай. Hä? was war denn regulärs? Ich kriege ihn! NICHT! Der hat nur 20 Leben! Wie die Vögel? Meins! 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 Amli! Amli! Ich krieg einfach, wie du dich gefreut hast! Ja, ich dachte, der läuft mir so entgegen! Ja, ich dachte, der läuft mir so entgegen! Jo, AB oder AK? Ja, die hier! Nein! Kevin, komm! Diegel, scheiß drauf! Oh, Kevin, nein, 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 nein! Kevin! 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 NICHT! Kein Druck! Kein Druck! Lass ihn ab! Den Druck! Lass ihn ab! Er kann sowieso nicht mehr! Ja... Ich hab die auch getroppt! Fuck! Und auf dem Main hab ich den auch gemacht! Er kriegt jetzt, er kriegt jetzt! Link zu weg! Link zu weg! Link zu weg! Link zu weg! Jetzt ist er down! Also jetzt ist er tot! Er brent! Er brent! Er brent! Er brent raus! Ne! NICE GOP! Hahahaha! Einer ist auch noch auf B, der hat bestimmt schon auf A! Recht! Recht in die Tür schießen! Jaaaa! Oh geil! Lang letzter! Oder irgendwo Spot! Hahahaha! Hahahaha! Oh mein Gott! Hahahaha! 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 Lachen die Fiese! Hahahaha! Das war jetzt grad die Hexe! Hahahaha! Jaaaa! Hahahaha! Hahahaha! Aber verdient! Und du hast dich schon wieder hoch geplantet! Hahahaha! Sieben Kills weniger, aber Hauptsache vor mir! Hahahaha! Hahahaha! Ich geh lang! Hahahaha! Ich geh bingisch paar Spiele! Er hat 35 Leben, ne? Na, also! Geht lang! Ha, bleib welche auf dir! Pffft! Zieh durch! Zieh durch! Hahahaha! 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 Oh mein gott! Ahahahahahahaha! Hahahaha! What the fuck are you doing? Oh holly! Oh my god Spawn a card eh? Ah! Schei! Ja... Oh shit, ich bin zu nah an der Bomber. Ah, ich würd sterben. War schön mit dir. Na doch nicht. Oh, da ist er! Ja! Viel Spaß dabei. Oh, ein Hühnchen! Oh, du musst nicht traurig sein. Womit kommt man noch mal ein Hühnchen? Kling! Babies! Oh! Haben wir die Hühnchen? Siegel? 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 Ja, ich stimme auf die Siegel. Jetzt hole ich die Akaro aus und verkackt. Wer das Hühnchen tötet, stirbt. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ja, das kannst du aber auch nur du suchen. Ja, das ist Amelie-Modus. Ja, das ist Amelie-Modus. Willst du eigentlich auch mal ein bisschen Licht sind und ich die ganze Zeit letzter sein, weil Amelie hat zwei Kills. Ja, dann musst du Kills machen. Vor allem du bist jetzt schon Dritter, Alter. Läuft bei mir, Amelie-Modus ist an, ey. Das finde ich jetzt irgendwie nicht cool. Finde ich aber nicht so schön. Das ist alles wieder meine... sammeln. Ich dachte so kann ich jetzt mal schön easy spielen. Wern die Star... ist ja nicht schlimm da werden noch welche sein. Okay, drop herunter wieder Yolo mit Teus. Ah ich bin die Zweite. Was? Ich auch noch. Ja, Mann. Wie geil ist das? Gib mir mal Bombe. Ey, wenn du Stop-Facker wirst damit. Das wär voll geil. Ich bin so stolz auf dich. Lass, lass mir in Kiel. Lass mir in Zeus Kiel. Lass mir in... Yo. Mann, was? Nein. Was? Ich hab' gesagt, ich will einen Zeus Kiel. Hast du ihn einfach erwähnt? Einer steht mit mir hoch. Einer war Titanic noch. Laufst du mich hoch, bitte? Füßen lassen, dann passt das wieder. Ich bin grad voll erschrocken wegen der Plampe. Plampe? Wegen der Plampe? Was ist das für eine Wortschöpfung gewesen? Was ist eine Plampe? Ich wollte Lampes sagen, aber irgendwie auch Pflanze. Wegen der Plampe. Plampe. Bismarck, 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 Biss. Oh Kevin, danke, ich hab' einen Up-Rank! Wenn ich jetzt... Ich schwöre euch, wenn ich jetzt drin geblieben wäre, dann hätte ich wahrscheinlich genauso einen Up-Rank bekommen. Kevin! R8 Revolver-Bone-Mask. Boah... Und sie bekommt einen Up-Rank... Eigentlich wollte ich grad sagen, auf Spaß, ich bekomm' Up-Rank, aber ich hab' dann wirklich einen bekommen. Ich hab' dann auf Säge-Bone-Mask. Ich hab' dann auf Säge-Bone-Mask. Untertitelung des ZDF, 2020